ich wurde gerade begrüßt ja auch ihr sollt begrüßt werden hallo ihr lieben da draußen das wochenende steht vor der tür ihr seid bald durch und könnt euch entspannen ach die liebe tierwelt wie schön wie sieht das hier aus oh mein oh mein was ist das denn für einen garten oh was für ein chaos alles querbeet mix ist gerade also bei uns ist das jetzt gerade früh am morgen irgendwo 9 uhr rum könnt ihr auch gut an der sonne erkennen die kommt aus richtung osten ja und ich bin mal im garten getingelt zum einen weil ein paar aufgaben auf mich warten die zeitnah erledigt werden müssen tatsächlich sonst gucke ich in die röhre nachbargarten wird die pacht gewechselt oder der pächter gewechselt und da sind noch sachen von mir dazwischen und da muss ich mich noch ein bisschen drum kümmern beziehungsweise sache die ich noch haben soll ja das zum einen deswegen habe ich da ein bisschen zeitdruck wie weit ich das jetzt heute kann das wollen wir erst mal gucken aber ein schritt in die richtige richtung ist ja eigentlich ganz gut so und ja ich könnte mit so viel anfangen aber jetzt im moment bin ich mal wieder solars typisch ein bisschen reizüberflutet mir fehlt das gerade noch ein bisschen anzukommen hier das wetter ist auf jeden fall richtig schön richtig richtig schön nach so viel schnee ist das ja auch mal schön wieder ein bisschen mehr frühling zu hören zwischendurch konnte man das ja schon mal miterleben dass doch die vogelwelt auf jeden fall denkt das geht bald los und so verkehrt lagen sie ja nicht wenn ich das hier so höre das ist so schön die vögel hier rumflitzen ich hoffe ihr könnt den gesang so irgendwie mithören sonst bin ich mal einen moment still und lasse euch noch mal mit den garten geräuschen alleine denn ach das ist so schön da hinten fliegen welche recht spielerisch sogar da hinten eine taube da haben wir meisen wir haben alles mögliche hier dohlen und krähen und ja schon sehr spannend ich mag das und das hält auch gleich meine stimmen auf denn letzte nacht habe ich ehrlich gesagt nicht so gut gepennt und noch dementsprechend einen tag gestartet ein bisschen zerknautsch ich glaube die abbrücke vom kissen die kann man bei mir im gesicht noch erkennen ja und ja das ist ja eigentlich immer ein sehr guter grund um irgendwie ja anderen wegen zu folgen um da so ein bisschen auszubrechen den tag irgendwie doof zu starten und bei mir ist das so jetzt bin ich im garten und da hoffe mir ein bisschen ja nicht nur hoffe also das tut das stellt schon was mit mir an vorhin wusste ich noch gar nicht was ich so macht das weiß ich zwar immer noch nicht aber das kann man bei mir immer gut laufen lassen ja ich darf sehr viel entdecken im garten der schnee ist gerade weggetaubt bei uns war gar nicht so viel wie so im restdeutschland aber wir hatten auch schnee und also für mich war das eine riesenfreude das alles schön anzusehen wenn die schneeflocken am fenster vorbeifliegen ich wohne im dritten stock das wirklich wirklich ganz besondere ausblick dann also hier ist ja so der bereich den ich euch im januar auch schon mal gezeigt habe also dieser mix aus erdbeeren und knoblauch und ja da hatte ich ein bisschen gründüngung verzähl ja die ich dann nachher wenn sie ein bisschen größer sind dann quasi mit unter mische für die das nicht so kennen ich mache es eigentlich im grunde genommen auch dieses jahr zum ersten mal richtig richtig in anführungsstrichen auf die gründüngungs art vorher hatte ich das noch nicht in der form also ich hatte schon in kanatklee der sich so größtenteils verdünnisiert hat also die quecke ist da definitiv mächtiger und auch so diesen aufwand den ich betrieben habe hat dem klee dann nicht weiter geholfen aber es macht überhaupt nichts alles in allem war das eine schöne erfahrung es gibt auf jeden fall ecken wo er noch ist also er ist nicht gänzlich vertrieben und hat so seinen platz eingenommen ja und für die geschichte damit ihr auch mal seht wovon ich rede hier vorne mit den erdbeeren und dem knoblauch ich würde sagen das kann man von dieser stelle ganz gut erkennen wechsel erdbeer knoblauch das sieht echt toll aus ja hat den schnee die kälte die minusgrade super gut überstanden ja und direkt daneben hier in dem bereich das sind noch die reste vom rucola der ist nun anscheinend richtig durch obwohl er sich tatsächlich auch noch blätter die ok sind aber ist natürlich jetzt nicht so eine attraktive pflanze wie sie vorher war aber es macht überhaupt nichts mal gucken was du die nächste zeit passiert ich lasse das erstmal liegen vielleicht kommt da noch irgendwas aber ansonsten wird das denke ich mal rausgerissen wie so vieles im garten sweet guckt euch mal das an da kommt die weide da haben mich die meisen gerade drauf gestoßen da waren die gerade am rumtanzen hier vorne damit ihr auch seht wo das ist das ist bei meinem podest von der weide da wo ich gerade halt hingeguckt habe jetzt noch mal von der anderen seite nach der kurzen ablenkung also hier ist auf jeden fall überall knoblauch zwischen da kommt auch einer da kommt einer da hinten kommt auch noch ein kleiner also überall so abwechselnd erdbeer knoblauch und überall richtig schön ankommen so das habe ich euch gezeigt das stück hier und ja hier habe ich verzähl ja ausgesät als gründüngung wie gerade schon beschrieben mal gucken wie sich das so macht die nächste zeit da wird wahrscheinlich das eine oder andere noch mehr aufgeben was man jetzt noch nicht so deutlich sieht ja ansonsten überall so die schnitzspuren vom schnittstock ja das ist auch noch gut zu sehen oder knoblauch guckt ganz schön weit raus da sehe ich den kann ich noch mal einen besseren platz geben ein bisschen reindrücken ist ja gar kein problem so spannend das ist auch echt locker so setzt sich das immer noch ein bisschen tiefer ohne jetzt die pflanze an sich so an den wurzeln rauszureißen dieses und dann kann man das immer ein stück runter drücken lange keine dreckigen funken mehr gehabt aus dem garten das fehlt mir ein bisschen muss ich sagen und das tut mir auch gleich gut so dass das das gefühl hat mir das hat mir richtig gefehlt so ich versuche euch noch mal ein bisschen gartenweite einzufangen hier haben wir noch den palmkohl hier oben das ist aus der raupe geworden die ist mittlerweile ja sich am zersetzen irgendwelche tiere kümmern sich da schon drum das regelt die natur von ganz alleine hier bin ich jetzt auch so weiter nicht bei gewesen der sound der natur mal sehen ob wir das tierchen finden ich habe ein eichhörnchen entdeckt ich habe ein eichhörnchen entdeckt da hinten war eins na komm wird scharf da da ist es wieder ach ich liebe eichhörnchen das sind so schöne tiere gucken ob ich noch näher rankommen hat was gefunden wie es aussieht ach die roten wie schön sieht man noch ein bisschen jetzt da weg das legt mich jetzt so ab mal gucken ob wir noch ein bisschen näher ran dürfen ich habe ein glöckchen verloren irgendwo hier unten drin wird das dann sein ich habe hier schon echt einen schönen ausblick ja jetzt komme ich irgendwie gar nicht zum garten zeigen was ich so wollte und ich habe auch gemerkt das kann ganz schön viel werden wenn ich hier schon am anfang so abgelenkt werde ich liebe das ist so schön es tut doch gut oder wenn das frühling erwacht und so kommt und sich so ankündigt wie jetzt gerade egal ich bin jetzt ein bisschen abgelenkt gewesen und das ja noch dass einer der hochbeete hier am apfelbaum und ja ich hatte der portulak letztes jahr einmal da drüben drin und er hat sich ja nun hier breit gemacht wurde auch ein bisschen beerntet schon und dann kommt ja an mehreren stellen jetzt halt auch gleichzeitig und das werde ich auf jeden fall weiter unterstützt nicht dass das so wild wird hier vielleicht noch scheiben rüber packen mal gucken die habe ich ja hier stehen und die hatte ich ja auf dem nachbarbeet immer drauf aber das nachbeet ist ja auch noch nicht mehr das braucht jetzt definitiv mal ein bisschen also bevor da weiter was passiert ich rede nicht jetzt von zeitlich dringend da kennt ihr mich ja aber die geschichte hier die hat eigentlich ohne ende sagt gut drin und wenn ich das einmal noch mal frei macht durch das freiräumen dass ich ja das was hier so an saatgut eigentlich noch drin liegt dann irgendwie kommen kann aber ich habe auch gute ja beetkonkurrenten wie die brennessel und die brennessel und die brennessel und die brennessel und die brombeeren die sich hier nebenein auch breit machen langsam da muss ich echt aufpassen die muss ich tief ausbuddeln ja also übrigens wer die schwer los wird im garten da soll man sehr gründlich unten die wurzel rausziehen den tipp habe ich von thomas alle fragen ihn immer wie kriegst du das hin mit den brombeeren ja und das hier mit dem feldsalat das fand ich echt so toll wie die natur halt immer ihren weg findet zwischen den steinen da ist keine erde oder so das ist total faszinierend wie er sich da irgendwie reingepflanzt hat ja und ja hier so ein bisschen zwischen die zwischen den brettern raus ist schon spannend echt spannend echt toll ich mag das das ist doch echt spannend ich finde das schön so thema apfelbaum würde ich auch mal gleich ab frühstücken guckt euch mal diese ganzen kleinen triebe an also ich bin letztes jahr super gründlich vorgegangen habe mir auch hilfe geholt und mir auch fachvideos angeguckt aber irgendwie hat das überhaupt nicht funktioniert ein gutes beispiel guckt euch mal an wie viele kleine dinger hier gekommen sind also das ist nicht so schön suboptimal ich hatte auch kaum äpfel und dafür dass ich im ersten jahr kaum was gemacht habe und so eine krasse ernte hatte habe ich jetzt schon zwei jahre in folge nichts gehabt ich denke da sollte ich wieder so ein bisschen nach gefühl gehen und so step by step keine ahnung ohne anleitung am anfang ließ ja irgendwie aber jetzt ist das halt irgendwie suboptimal deswegen mal gucken irgendwas werde ich mal probieren ich kriege auch immer tolle kommentare geschrieben von euch da draußen die bäume haben ja auch ihren rhythmus also wer weiß was dieses jahr passiert ja soll ich euch noch was zu zeigen im garten das sollte eigentlich gar nicht ein so langes video ich habe ja noch gar nichts gemacht außer knoblauch ein bisschen tiefer gesetzt den ein hm ich will euch auf jeden fall noch eine andere spannende stelle zeigen weil wir beim thema erdbeeren waren das waren jetzt nun vereinzelte pflanzen da auf der rechten seite von euch ich weiß nicht ob die noch mit drauf sind jetzt auf jeden fall und ja aber ein stückchen weiter hinten beim keyhole b das ist auf jeden fall sehenswert das einmal hier drüben an der ecke das ist so die ecke hier hat sich auf jeden fall ordentlich was breit gemacht mal so meine sicht der dinge ja alles so ein bisschen verteilt und ich lasse das einfach mal frech wachsen die dürfen sich hier wild ausbereiten in anführungsstrichen wild der ursprung bin ja ich ja und ja ich habe irgendwann mal hier noch knoblauch liegen gehabt der hat sich hier breit gemacht also das ist richtig spannend der ist hier richtig fest da kann man richtig sehen dass der fest ist ja und hier hat sich auch ein bisschen was getan das sind so sachen die welche noch in boden pflanzen ist nie zu spät für sowas gehe ich mal fest davon aus ja ansonsten ist hier noch großes chaos das sind so sachen wenn es jetzt wirklich warm bleibt sind das sicherlich dinge die ich angehen werde ein bisschen freiräumen muss aber gucken dass es nicht zu viel wird ein bisschen schutz brauchen die beete auf jeden fall aber so ein paar grobe sachen können auf jeden fall weg das kann passieren ich glaube das war das erste mal au so au ja das kann da mal passieren au mich hat es hier einmal zurück rüber geledert ich bin hier echt gerade rein gekippt ich konnte das gleichgewicht nicht mehr halten habe mich nach hinten stolpern lassen somit habe ich hier auf jeden fall auch bald was zu tun schade um den korkenzieher hasenuss der echt so schön hier noch aussah aber dann sollte das nicht mehr sein denn ja das war er nicht das hier ist er ja mal gucken schade naja so ist das zeigt nur dass die speed jetzt unbedingt mal liebe braucht so gut dass ich mir nicht weh getan habe weil ich wusste nicht wie das ausgeht das war wie in slow mo ja ich glaube man konnte das auch echt gut hören so gerade ja was mich wundert es kam kein adrenalin also kein bisschen adrenalin sondern richtig so ich bin weich gebettet gefallen oh god echt so aber dafür habe ich hier einmal den pot mit der mit dem anderen nach salbei dafür habe ich den zerbraten hier ich muss mal gucken wie ich den jetzt rette so da ja den kann ich ja erstmal irgendwo abstellen ich sehe hier auch ganz viele pflänzchen ne ist das alles minze die macht sich breit das bestimmt das ding na gut soll nicht sein hier mehr sah so schön aus schön liegt im auge des betrachters ich weiß sweet so ihr lieben ich wollte eigentlich ganz woanders hin und zwar rechts vorne bei euch ein bild wo ich jetzt hinlaufe steht ja eigentlich der rosenkohl und der ist jetzt definitiv erfroren der ist hinten der ist durch nichtsdestotrotz darf hier alles nochmal irgendwie versuchen zu blühen hier war auch definitiv maulwurfsmäßig einiges unterwegs ne aber das soll uns ja nicht stören das nehmen wir so an wie es ist und ja die zwei kohlrabis super schmelzt die dürfen auf jeden Fall auch nochmal hoch und versuche mir Saatgut zu geben ich sehe da noch Mangold ja aber das wird nicht mehr groß erntbar sein also eine zeitlang schon aber irgendwann geht das ja so in die Höhe und wird so groß das durfte ich im Kiolbeet beobachten da habe ich auf jeden fall Saatgut genug aber spannend was hier alles so zum vorschein kommt der maulwurf gräbt für mich um sehr schön so soll das sein danke für die hilfe maulwurf ach das erinnert mich gerade an dieses video was ich da mal gedreht habe wo ich bei den Mauseberg ein bisschen Holz sammeln war ja das mir so ein Maulwurf am Straßenrand begegnet ist übrigens auch in meinem Trailer drin Kanal Trailer 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 ja doch Trailer war richtig und ja da findet ihr das sonst wieder falls ihr das noch nicht gesehen habt das war richtig schön ich weiß gar nicht weiß einer von euch da draußen welche Folge das noch war wo war das noch zu finden mit dem Maulwurf ich weiß es nicht hat irgendwas mit Aktivkohleherstellung bestimmt zu tun ja bei einem kleinen Kontrollblick auf die Zeit durfte ich schon feststellen dass wir bei etwa 30 Minuten sind ja man merkt schon wieder viel zu viel los und viel zu viel zu tun und das absegeln hat mir dann nochmal irgendwie ja eine Aufgabe für mich beschert und ja aber im Großen und Ganzen muss ich auch gestehen dass ich gerade wieder so ein komisches Gefühl kriege etwas was mich jetzt schon eine Zeit lang begleitet weil ich auch nach wie vor nicht weiß wie es auch örtlich mit mir weitergeht was diesen Garten betrifft und ja ich in gewisser Weise auch eine Antriebslosigkeit verspüre mich nervt eine Sache die hier so entstanden ist aufgrund der Schrebergartenverordnung etc. pp. ich habe hier ja so ein Feuerkorb geholt auch Holzschelte gebaut und wie sich das schimpft hier um Holz zu lagern und ja habe das gleich ganz am Anfang abgeklärt ob ich ob das okay ist ob ich das hier darf und dementsprechend besorgt man sich die Sachen und hat man hier auch was gebaut und die Dinge sind nun verändert und ich kann hier definitiv keine Holzkohle mehr herstellen keine Aktivkohle mehr und muss mir das von draußen teuer besorgen nicht nachhaltig, nicht zeitgemäß meiner Meinung nach und definitiv was total bürokratisch übertriebenes also das ist egal da schwebt mir mein Kopf vor und da kriege ich echt schlechte Laune deswegen ja jetzt merke ich gerade so wie ich eigentlich hätte lieber das alles schöne abschließen können aber es ist halt so wie das ist ich versuche mal jetzt auch da irgendwie raus zu kommen ja ich mache einfach mal also im zweiten Augenblick bin ich jetzt gerade von genervt weil ich in so einen doofen Emotionen gerade gelandet bin das schwankt halt bei mir dann mache ich doch noch so einen kleinen ganz richtig unverbindlichen Garten und dann ganz One-Take mäßig genau hier wollte ich ja so einen kleinen Kompost machen witzig wie sich eine Möhre entwickeln kann wenn jemand Hunger hat das ist eine Möhre okay und hier sieht man wieder die schöne Muster na kriegen wir Besuch habt doch was gehört hier könnt ihr übrigens wunderbar die Sturmschäden beobachten bei uns war das auch ordentlich pustig letztes Jahr ich hatte ja nun auch schon ein paar Sachen gebaut die Sachen sind nicht umgekippt also es war definitiv stärker und hier gibt es noch so einen Azur Star Kohlrabi der hoffentlich im Laufe Anfang des Jahres dann noch irgendwann mal blühen wird und mir nochmal Saatgut beschert ja und hier finde ich das eigentlich auch ganz romantisch gerade die Vögel lenken mich immer mal wieder ab und was kann man hier noch Tolles beobachten ich habe ja hier meine Steinpyramide gebaut anfänglich und ja da waren noch die Wildbienen drin oder sind wahrscheinlich noch das sieht nämlich ganz stark danach aus ach ihr könnt das gar nicht sehen also hier drin liegt noch das Wildbienenhotel quasi das ich ja recht früh bei mir im Garten hatte das ist umgekippt ich könnte mir vorstellen dass das mit an der Steinpyramide liegt ist alles ein bisschen schief und krom das was mir echt ein bisschen spanisch vorkommt also so krasser Wind dass er die Steine so verschiebt die so ineinander verkeilt sind ein bisschen ein bisschen komisch deswegen hatte ich die Vermutung dass wer hier war aber wer weiß wer hier so in meinem Garten rum trollt so ja ne ich finde das ganz schön ich habe mich übrigens so drüber gefreut dass ich hier ja für die Tiere diesen Unterschlupf habe das hat sich richtig gut angefühlt als ich zu Hause war und gedacht habe hier gibt es so viele schöne schöne Ecken wo die Tiere sich breit machen können und wer weiß vielleicht ist hier auch irgendwo ein Igel unterwegs oh das sieht da unten sogar so aus so platt getreten da unten alles das ist ja spannend ja guck mal ich kann mir vorstellen dass hier was runter ist an Tieren ja also nicht nur vorstellen ich weiß es ja hier haben wir übrigens eine Gurke die ich hier irgendwo mal halb liegen lassen und vergessen mal gucken ob da noch was draus erwächst ne das werde ich irgendwo mal wegfegen ja ich finde das sieht schon alles sehr schön aus wie sich das so entwickelt hat und ja hoffentlich weiter entwickelt ach so schön guckt euch mal diese ganzen eingeschlossenen Bläschen an ja ich finde das spannend wow so ihr Lieben ich denke das reicht für heute ich werde mich irgendwann mal wieder melden bei mir ist einfach nach wie vor noch viel los im Leben und ist alles noch nicht so stabil wie man sich das wünscht aber ich kämpfe mich da durch und hoffe dann auch mal irgendwann den Drive-In-Garten so weit zu kriegen dass ich ja ich würde nicht sagen der Alte bin aber das kann man schon fast so sagen ja ok vielen Dank fürs Zusehen an euch alle da draußen auf jeden Fall auch ein schönes Wochenende und ja wir sehen uns wieder bis dann bis dann ich bin raus tschüss tschüss die Greifenstange die die Untertitelung des ZDF, 2020